Herzlich Willkommen zurück Leute, hier noch im Battlefield 4, wir sind hier mitten auf der Flucht Wir sind wieder mit Hannah, die sich wahrscheinlich jede Folge umentscheiden wird, auf welcher Seite sie ist Oh, wir müssen hier mal vorrushen Boah, die Raketenwerfer sind immer noch voll im Betrieb Oha Oida Das ist echt nicht feierlich, was die hier auf Oh ja, super, ein Schuss, das ist die Infini, warum lehnst du nicht nach? Verdammt Ja, super, ey, super Erstmal hier ein bisschen regenerieren, natürlich So, jetzt weiter Ja, Alter, was schießt denn hier? Was ist denn das? Oha, da ist doch einer Hier ist noch einer What the fuck? Hey, Alter, dieses Magazin, ne? Ja, da ist ja noch einer What the fuck? Ach, komm, leck mich doch Was ist denn das? Wieder viel zu offensiv hier Tappt der Axt, ey Ja, hier, komm Häft man eine Granate hoch, oder was? Kommen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht Ja, haben wir schon festgestellt Ja, fast geschafft, ja, natürlich, Digga Auf jeden Fall Oha Oha Das einzige, was mir hier zu schaffen macht Sind wirklich die Raketenwerfer Und die Typen, die einfach nicht sterben wollen Ja, natürlich Wie trifft der mich hier? Das geht doch nicht klar, wie der mich trifft Ja, ich weiß, dass ich ihn erwischt hab Nein, da sind Gas Tank Tank Los, schieß, schieß, schieß Sehr nice Sehr nice Ja, geil, Alter Immer noch ein Schuss Und ich merke das nicht Ja, geil Die Seile sind auch noch irgendwie verbuggt Scheiße Ach, geh doch sterben, Alter Na, altes Magazin Was hält das aus? Gar nix, Alter Gold Ja, jetzt reicht's aber Los, vor Da sind keine Gegner Da ist ja noch einer What the fuck Geil Einfach nur da runterspringen Wird falsch Das wär's jetzt Oh, Leute Wo ist da was? Nirgendwo ist Doch, da ist er da Gesichert Schafft die Gottes Los Wir müssen weiter Endlich frei Slava-Boot Tennis-Metall Das haben die doch gleich durchgeballert Hast du eine bessere Idee, Irish Du hast gesagt Xinjie Werke an der Tod Chang wollte ihn töten Jetzt ist er auf der USS Berkeley Dein Mann In Anführungszeichen Ja Unsere CIA-Tanung Wenn Chang herausfindet, wo er ist Dann ist Chinas Zukunft in Gefahr Scheiß auf Chinas Zukunft Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr Dagegen können wir nichts tun, mein Freund Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße War das auch Teil des Plans? Heli Entdeckung Was? Nein Die Little Bird Oha Krass Scheiße Scheiße Alles klar bei euch? Ich bin am Leben Der Wasser ist tot Wenigstens starb er als freier Mann Hoch mit dir Mach schon Los Wir haben einen langen Weg vor uns Systemüberprüfung Kurzwelle steht Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns zuerst nähern Bis dahin absolute Funkstimmen Aye Aye, Captain Irgendein Zeichen von Thunstone? Gar nichts Nicht mal eine Trägerwelle, Sir Wir werden hier verrecken Wir bleiben zusammen Und am Leben Wir hoffen es Wir hoffen es auf jeden Fall Zwei Tage später So eine Scheißkarre Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Henna, ich schaff das Ich komm hoch zu dir Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch Gib uns Deckung, Wrecker Ist das weit, bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren Nur über meine Leiche, Hannah Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach weißt du, vergiss es Ach ja? Versuch's doch mal Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt Ich wollte ihnen Hoffnung geben Am nächsten Tag kam James Treffen Und warten wir doch nicht Sie haben alle getötet Langsam Wow Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht Lass auf, Henna Es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish Verfluchte Scheiße The fuck Russen Haben die uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus Es sind zu viele, verdammt Leise, Marie Komm, los, los, los Bewegung Alles okay? Ist was auf den Kameras sogar Sensoren? Alles sauber Wir haben drei Minuten Was ist das? Ein Observationsposten? Ja Kommt jetzt, Leute, Bewegung Hey, wir wären fast aufgeflogen Dachte du, du wärst ein Marine Tombstone Squad Siebte Flotte Ah, woher kommst du? Brooklyn East Flatbush Was auf der Tilden oder Wingate? GWH Westinghouse Ja Echt? Da war mein Bruder Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville Wer sind die beiden? Rekka Squad Leader Sie ist vom chinesischen Geheimdienst Und eine gute Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich Zauberei? Ich zeig euch, was los ist Die Russen sind überall Wir haben den Stützpunkt verloren Und wurden in die Altstadt zurückgedrängt Wir brauchen einen Transport nach Westen Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich Ist ein Kilometer östlich Orientiert euch an der blauen Kuppel Und sucht Major Greenland Könnt ihr gar nicht verfehlen Hey, kontaktiert Greenland Und gib ihr Bescheid Jawohl, Sir Ist das der beste Weg? Absolut Habt ihr noch was im Wagen, Das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck Wrecker, stimmt's? Molinas Hotpockets Der Laden meines Vaters Das beste Hühnchen der Stadt Musst du mal mit deinem Squad hingehen? Okay Marines, na los Alles war brennen und dann weg hier Zieht Leine Das beste Hühnchen der Stadt Mann, hab ich Hunger Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt Oh Mann Das wird ja mal was Hier erstmal neu ausrüsten Natürlich Wir haben wieder als Secondary Eine fucking Rex Die will ich überhaupt gar nicht haben Okay Dann Die CS3A1 Haben wir auch bekommen Vor ein paar Minuten Die war ganz geil Und Kann ich Ja, diese scheiß Tipps Die gehen mir so auf den Sack Was kann ich denn Hier Moment Die hier Die, oder? Ja, die war geil Ähm, genau Aber Ja Geh, laufen wir noch zur nächsten Kiste Und gucken was da drin ist Hier ist sie Was haben wir schon alles Wir haben C4 Nehmen wir jetzt einfach mal Just for fun mit Und eine M15 at mine Nehmen wir auch mit Wow Das war jetzt nicht geplant Jetzt geht doch drauf Oha Fucking attack Hier C4 drauf Und weg hier Yeah Nein Nein Wir sind drauf Nein Verdammte scheiße Aber es funktioniert schon mal Sehr gut Gut Wir nehmen nochmal hier Die hier mit Und Äh Die hier Und Und Nehmen wir uns C4 mit C4 Und einfach mal Die hier Und ich muss euch Leider sagen Wir machen die ganze Rust in der nächsten Folge fertig Bis dahin Haut da rein Ciao Ciao Have a